hallo zu meinem heutigen video ich habe mal wieder hier ein linux video für euch es werden in der nächsten zeit wieder mehrere linie zu videos folgen und deswegen habe ich jetzt einfach mal auch für euch was denn ich habe jetzt über 200 abonnenten und dafür möchte ich mich bei euch natürlich bedanken ich kaufe mir eigentlich zu jeder langzeitversion von ubuntu ein buch diese bücher gibt es auch als ja frei frei verfügbar im internet und deswegen ist es jetzt nicht notwendig dass jeder dieses buch kauft als um die 50 euro kostet ich kaufe es weil ich auch die community damit unterstützen möchte also die ubuntu community die linux community und ich mag es auch ehrlich gesagt in papierform was zu hause zu haben wo ich auch dann lesen kann hier habe ich eben die ubuntu 12.04 ich hoffe das kann man jetzt gut sehen und hier habe ich noch ja frisch verschweißt die neue ubuntu version die habe ich mir gekauft und die kosten wenn man die kauft 40 euro es waren keine 50 40 euro kosten die und da ich jetzt diese ja nicht mehr benötige und vielleicht der ein oder andere linux user von euch damit was anfangen kann würde ich dieses hier einfach verschenken wollen und ja einfach unter dieses video das einfügen dass ihr es haben möchte oder das jetzt gerne haben möchte einen kleinen kommentar einen kleinen bemerkungen und ich werde dann einfach mal entscheiden wenn ich das schicken werde wann ich das auslose weiß ich nicht also ich lasse mir schon ein bisschen zeit einmal so 14 tage so dass ich meine zeit und dann kriegt es derjenige der ja den werde ich dann auch hier bei youtube einfach bekannt geben und werde ihm das versenden ist alles noch in einem sehr guten zustand wird auch von mir dann sauber verpackt und versendet aber natürlich nur innerhalb deutschland leute nicht internationaler versand also nur innerhalb deutschland ich danke fürs zuschauen ich hoffe ihr seid wieder dabei denn jetzt gibt es regelmäßig videos mindestens ein bis zwei in der woche wir werden uns sehen bis dann kommt